Wenn ich die 7R in drei Worten beschreiben sollte, dann ist das einfach Komfort, Spaß und Zufriedenheit. Ich bin Philipp Lutze, bin einmal Landwirt, aber auch Lohnunternehmer hier in Jarsdorf in Schleswig-Holstein. Wir haben hier einen landwirtschaftlichen Betrieb mit 400 Mäckigen Kühen auf drei verschiedenen Standorten. Wir haben hier einen Ackerbau von 300 Hektar mit Bodenpunkten von 15 bis 40 Punkten ungefähr. Und betreibe seit 2019 noch ein Lohnunternehmen, wo wir ausschließlich auf Jondier sitzen, hauptsächlich Gülletechnik machen und seit diesem Jahr auch auf Häckseln und spezialisieren. Wir haben insgesamt zwölf Jondier-Maschinen plus die Grundstückpflege, die wir auch machen. Dadurch, dass wir mehrere Betriebe haben, müssen wir auch relativ viele Grundstücke pflegen. Der älteste Trecker, den wir haben, der ist von 2006 und hat aktuell 18.000 Stunden. Ich setze den Trecker hauptsächlich in Feldarbeiten ein, dadurch, dass ich ihn aufballastieren kann. Einmal kann ich ihn durch Radgewichte aufballastieren, aber andererseits über das schöne Easy-Balast. Einfach drunter fahren, das Gewicht anheben und ich kann die Feldarbeit starten. Der 7R wird auch in Transport eingesetzt. Mais-Transport, Grass-Silage-Transport, Getreide-Transport. Da ist das hervorragend. Nach der Feldarbeit brauchen wir nur das Easy-Balast absetzen, 1,7 Tonnen weniger. Ich spare mir dadurch wieder den Diesel. Wir haben einen sehr hohen Komfort bei dem 7R. Durch den hervorragenden Sitz, durch die Massage, durch Klimaanlage, durch Sitzheizung, durch die hohe Schwenkbarkeit des Sitzes. Wir haben Fußrasten, wo wir unsere Füße halt drauf ablegen können. Wir haben ein gutes Sound-System, wir haben eine gute Beleuchtung. Die Leute haben einfach, wenn sie fahren, Spaß da dran. Mit der reaktiven Lenkung ist das Fahren einfach leichter geworden. Gerade durch die ganzen Transporte, die wir machen. Mais-Silage-Transport, Grass-Silage-Transport, generelle Transporte, auch Tiefladertransporte. Es ist dadurch einfach viel schöner geworden. Du fährst aus einer Kurve heraus, erstellt das Lenkrad automatisch wieder gerade. Der gerade Auslauf von der Maschine ist hervorragend. Ich kann das Lenkrad loslassen und er fährt einfach gerade die Spur. Mit dem 7R habe ich sehr gute Kraftstoffverbrauche erzielen können. Ich habe mir dadurch deutlich was ersparen können gegenüber Mitbewerbern. Hohe Flächenleistung, auch dadurch, dass die Leute mehr Laune beim Fahren haben mit dem neuen 7R. Ich bin sehr zufrieden mit meinem John Deere-Händler hier vor Ort. Er ist immer da, wenn ich ihn anrufe. Egal welche Uhrzeit, Problemlösungen gibt es immer sofort. Es gibt nichts, was sie nicht können. Ein besonderes Ereignis hatte ich dieses Jahr. Da habe ich Rebo Lampmaschinen aus Detgen angerufen um 23 Uhr, dass die Bremse von meinem Göllewagen nicht löste. Innerhalb von zwei Stunden haben sie das fast wieder einsatzbereit gemacht und ich konnte weiter durch die Nacht.